Kaffeepi präsentiert Winkelmessen Ein Winkel wird gebildet durch zwei Halbgraden, Schenkel 1 und Schenkel 2, die einen gleichen Anfangspunkt haben, nämlich der Scheitel. Dabei wird die Größe eines Winkels in Grad angegeben. Es gibt verschiedene Typen von Winkeln. Wenn die Schenkel senkrecht zueinander liegen, bilden sie einen rechten Winkel oder einen 90-Grad-Winkel. Beachtet dabei den Punkt innerhalb des Bogens, der einen rechten Winkel kennzeichnet. Ein spitzer Winkel ist kleiner als 90 Grad. Ein stumpfer Winkel hat die Größe zwischen 90 und 180 Grad. Wenn der Winkel 180 Grad ist, ist er gestreckt. Alle Winkel zwischen 180 Grad und 360 Grad sind überstumpf. Zuletzt kommt der Vollwinkel, einer mit 360 Grad. Die Frage ist nun, wie benennt man eigentlich die Winkel? Es gibt drei Wege. Einmal mithilfe von Schenkeln, mithilfe von Punkten auf den Schenkeln und mithilfe von griechischen Buchstaben. Wenn ein Winkel zwei Schenkel hat, wobei der erste A ist und der zweite B, dann kann man den Winkel AB nennen. Das Symbol steht für Winkel. Wenn die beiden Schenkel Punkte haben, wie zum Beispiel der erste Schenkel Punkt A und der zweite Schenkel Punkt B, dann kann man den Winkel ASB nennen. Heißt also, als erstes kommt der Punkt auf dem ersten Schenkel, in diesem Fall A, danach kommt der Scheidel Punkt S und danach kommt der Punkt auf dem zweiten Schenkel, Punkt B. Man kann auch Winkel mithilfe von griechischen Buchstaben nennen, zum Beispiel Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon oder Phi. In diesem Fall ist der Winkel Alpha. Jetzt kommen wir zum Winkelmessen. Dazu benötigt man ein Geodreieck. Die längere Seite nutzt man wie ein Lineal zum Messen von Linienlängen in Zentimeter. Die anderen zwei Skalen sind halbkreisartig geformt. Genau diese sind wichtig für das Winkelmessen. Der Unterschied zwischen den beiden ist deren Richtung. In diesem Fall fängt zum Beispiel die gelbe Skala an dieser Stelle bei 0 Grad an und hört an dieser Stelle bei 180 Grad auf. Heißt also an dieser Stelle misst die gelbe Skala 150 Grad und die durchsichtige 30 Grad. Um einen Winkel zu messen, legt man das Geodreieck mit der längeren Seite an den ersten Schenkel, sodass die 0 cm Markierung am Scheitelpunkt ist. Bei Winkeln unter 180 Grad muss der zweite Schenkel die Winkelskalen schneiden. Wenn er zu kurz ist, verlängert man ihn einfach, aber bitte mit Lineal. Um einen Winkel zu messen, muss man erstmal erkennen, was für ein Winkel es ist. In diesem Fall ist es ein Spitzerwinkel, heißt also seine Größe liegt zwischen 0 und 90 Grad. Danach schaut man, bei welcher Skala der zweite Schenkel im Bereich 0 bis 90 Grad liegt. Hier ist es die gelbe Skala. In diesem Beispiel schneidet der zweite Schenkel die Skala bei 60, heißt also der Winkel ist 60 Grad. In diesem Beispiel ist ein stumpfer Winkel gegeben, heißt also seine Größe liegt zwischen 90 und 180 Grad. Der zweite Schenkel liegt im Bereich 90 und 180 Grad bei der gelben Skala. Hier schneidet der zweite Schenkel die gelbe Skala bei 160, heißt also der Winkel ist 160 Grad. Gerade wurden nur die Winkel unter 180 Grad besprochen. Aber was ist mit überstumpfen Winkeln? Das Geodreieck hat doch nur maximal 180 Grad auf der Skala. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Beim ersten Weg müsste man mit dem Geodreieck so weit es geht, nämlich 180 Grad vom Winkel. Dann zeichnet man dort eine Linie zur Orientierung ein. Danach legt man das Geodreieck mit der langen Seite an der gekennzeichneten Linie, sodass die 0 cm Markierung wieder am Scheitelpunkt liegt. Dabei misst man jetzt den Rest des Winkels und addiert diesen mit 180 Grad. In diesem Beispiel ist der Rest des Winkels 40 Grad und somit der Winkel selbst 220 Grad. Beim zweiten Weg beachtet man, dass ein Vollwinkel 360 Grad ist. Heißt also, der überstumpfe Winkel, der gesucht ist, braucht den Winkel Alpha, um ein Vollwinkel zu werden. In anderen Worten, muss man den Winkel Alpha von 360 Grad abziehen, um unseren gesuchten Winkel zu bekommen. Deshalb misst man jetzt den Winkel Alpha. Man bekommt für Alpha 140 Grad raus. Und das zieht man von 360 Grad ab. Somit ist der gesuchte Winkel 220 Grad. Das war es mit dem Lehrvideo Winkel messen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.